Ich bin in der zehnten... Fuck! Hey Leute, ich bin Alex und ja, ich habe einen Blog. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache so eine Frage-Antwort-Video-Dings, damit ihr mich auch mal besser kennenlernt. Und ich habe mir jetzt die ganzen Fragen hier aufgeschrieben und beantworte ich mir ein paar. Fange ich gleich mal an. Okay, was ist dein absoluter Lieblingsmensch auf Tumblr? Das ist jetzt schon mal schwer, weil ich habe mit so vielen tollen Leuten da irgendwie Kontakt. Und ich kenne halt so viele auch noch gar nicht. Wo ich mir denke, es gibt so viele Menschen hier einfach. Und die sind alle so unglaublich nett. Und ich kann euch jetzt niemanden, mit denen ich am meisten Kontakt habe, und die wirklich saucool sind. Zum Beispiel Lorenz, Sinara... Bestimmt habe ich es falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Örv, alias Mervid zum Beispiel. Dann zum Beispiel Lena. Ihr Blog, okay. Sein wie ich, genial. Und ihr Detekt. Wieso ist dein iPhone grün? Toller Blog-Video-Antwort bitte. Ja, grün ist ein bisschen hässlich, ich weiß. Aber ich habe es gekauft, als es noch gebraucht war. Und da ist der Bildschirm gebrochen. Und der Vorbesitzer, den es davor gehört hat, der hat sich grüne Ersatzteile bestellt. Was ist dein Lieblingsessen? Video-Antwort. Lieblingsessen, Pizza eindeutig. Aber jetzt habe ich mir... Okay, das schaut vielleicht ein bisschen eklig aus. Aber ich habe mir übelst geiles Chili con carne gemacht. Und es ist so gut. Wie muss deine Freundin sein? Video-Antwort. Ich habe gar keine Anforderungen an meine Freundin. Weil meine Devise ist immer, der Mensch kann sich in jeden verlieben. Egal, ob er meint, er passt zu ihm oder nicht. Weil so oft entwickelt sich auch Freundschaft, Liebe. Und am Anfang denkt man so, uh, niemals. Aber im Endeffekt kommen dann viele doch zusammen. Und ja, ich finde einfach, man kann das nicht so festlegen. Also ist jetzt meine Meinung, zumindest zu dem Thema. Aber ich glaube, ich kann mich in jeden Menschen verlieben. Und was aber natürlich schon cool wäre, ist, wenn man mit ihr lachen könnte. Ähm, wenn sie witzig ist. Intelligent wäre ganz toll. Welches Programm benutzt du, um deine Bilder zu bearbeiten? Und was für eine Kamera hast du? Um meine Bilder zu bearbeiten, habe ich Pixel Mater eine Zeit lang benutzt. Aber da ist die Testversion abgelaufen. Und Photoscape benutze ich. Auf dem PC da drüben, weil auf dem Mac geht es irgendwie nicht. Da gibt es das nicht. Und sonst Gimp manchmal. Aber Gimp mag ich nicht so. Weil ich komme da nicht so mit klar. Und was für eine Kamera ich habe? Ich habe eine Canon EOS 650D, mit der ich gerade drehe. Dann Stuckinjav hat dich gefragt. Hast du Instagram? Ja, ich habe Instagram. Und zwar TheInfiniteMe. Wer will? Folgt mir. Danke. Wo kaufst du immer deine Kleidung ein? Unterschiedlich. Ich gehe auch zu H&M. Weil es ist halt wirklich billig. Und es ist halt auch immer im Trend. Ich würde mal gerne zu Primark gehen. Aber in meiner Nähe gibt es gar keinen. Und sonst kaufe ich immer in so Online-Shops, die nicht so bekannt sind. Zum Beispiel das habe ich jetzt von Holy Holy. Und die Hose habe ich von so einem Skaterladen. Hier in der Nähe. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Wo sehe ich mich in 20 Jahren? Ich finde das schwer. Mein Plan ist es nach dem Abitur. Dann will ich nach Amerika gehen. Und da versuche ich dann einfach, mir was auszubauen. Ich würde voll gerne Regisseur werden. Das wäre halt so auf jeden Fall meine erste Wahl. Und sonst würde ich echt gerne streiten. Erf hat geschrieben. Hast du Erf lieb? Ja, Erf. Ich habe dich ganz arg lieb. Wie schaffst du es immer so positiv zu sein? Ich würde nicht sagen, ich bin immer positiv. Ich habe zum Beispiel jetzt eine richtig scheiß Woche gehabt. Aber ich versuche mich wirklich immer an den kleinen Dingen im Leben zu erfreuen. Wenn man sich an sowas versucht zu freuen und sich darauf mal fixiert, dann denke ich, geht man mit einer ganz anderen Sicht durch die Welt. Und man denkt auch viel positiver. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Legst du viel Wert auf dein Äußeres? Ja. Doch schon. Also ich interessiere mich jetzt nicht groß für Mode oder für Sachen, die man irgendwie, was man alles jetzt anziehen kann. Aber ich lege schon viel Wert drauf eigentlich. Also ich gehe jetzt nicht so in Jogging-Anzug, in Schule oder so. Muss ich dazu was sagen? Ich schreibe schon meine Adresse auf. Welchen Player benutzt du auf Tumblr? Ich benutze hipster.com. Wie bist du auf Tumblr gekommen und wann hast du den Blog hier erstellt? Also wie ich auf Tumblr gekommen bin. Ich bin auf Tumblr gekommen durch eine Freundin. Weil ich habe mal gefragt, wo kann man eigentlich einen Blog machen? Am Anfang wollte ich nämlich nur schreiben und habe festgestellt, es interessiert kein Schwein, dass ich schreibe. Also ich habe ihn erstellt im August 2011, Anfang August. Habe aber angefangen zu bloggen, ich glaube am 27. Dezember. Also ist es bald ein Jahr, dass ich den Blog dann so richtig führe. Was ist deine Schuhgröße? Ich glaube 42, 43. Ich habe gerade keine Studie an, aber ich glaube 42, 43. so immer dazwischen. Wie feiere ich Weihnachten? Weihnachten feiere ich mit meiner Familie eigentlich immer. Und wir feiern zusammen. Und Weihnachten, früher ging es mir immer um die Geschenke, aber mittlerweile geht es mir darum, mit meiner Familie zusammen zu sein. Dieses Silvester kommen Freunde. Ähm, in welcher Klasse bist du? Ähm, in der 10. Dann, was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Ich wollte immer schon The Perks of Being a Warfrau sehen. Aber hier in keinem Kino in der Nähe läuft es. Und wenn ich es gesehen hätte, wäre es wahrscheinlich mein Lieblingsfilm, weil ich finde den Trailer schon einfach nur abartig geil. Und ich habe auch das Buch gelesen. Die Frau in Schwarz finde ich super. Ja, ich mag Horrorfilme ganz gern. Wer hat die Bilder von dir gemacht? Die Bilder habe alle ich selber gemacht, mit Selbstauflöser, weil ich keine Freunde habe. Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst? Ja, Amerika, am besten ganz dorthin ziehen, aber wahrscheinlich zuerst mal ein Jahr hin und eine Freundin, die letzten Sommer von mir hier weggezogen ist, suchen. Hast du Geschwister? Ja, zwei Schwestern, beide älter. Magst du deutsche Musik? Nein, sorry. Also deutsche Musik, ich finde es ist einfach nicht so meins. Und jetzt bitte, hier verurteilt mich nicht, weil ich keine deutsche Musik mag. Es ist nur, es ist nicht so meins. Über was würdest du dich am meisten freuen? Materiell und immateriell? Materiell wahrscheinlich über ein neues Objektiv für meine Kamera. Und immateriell? Ich hätte echt gerne mal irgendwie eine Beziehung. Irgendwie eine Beziehung, die länger hält als zwei Wochen. Wieso siehst du so gut aus? Danke, aber ich finde jetzt nicht, dass ich besonders gut aussehe. Ich bearbeite mich einfach immer noch schön. Nein, Spaß. Okay. Seit wann bist du auf Shambla? Jetzt am 27. Dezember wird es glaube ich ein Jahr. Also davor hatte ich meinen Account überhaupt nicht geblockt. Dann, was ist die nächste Stadt in deiner Nähe, die über 100.000 Einwohner hat? Ich google mal schnell einen Moment. Ähm, ich habe googelt. Ich finde ungefähr gar nichts. Ich denke mal, das ist irgendwie München oder so. Also ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. So Geografie ist nicht so mein. Und wieso wirst du so viel über dich preisgeben? Ähm, eigentlich will ich gar nicht viel über mich preisgeben, sondern es ist nur, ich will, dass ihr mich besser kennenlernt. Und ja, das versuche ich halt euch in so einem Video zu übermitteln. Dann, liebst du auf dem Land oder in einer kleinen Großstadt? Land und ich hasse es. Magst du Bücher? Ja, ich liebe Bücher. Also ich lese echt gern. Aber so Internet raubt einem so viel Zeit. Ähm, was ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Das beste Buch ist wahrscheinlich die Hassliste von Jennifer Brown. Das ist wirklich, ihr solltet das alle lesen. Ich finde es wirklich gut geschrieben. Also, die Hassliste Jennifer Brown. So, hier so. Yay. Was wäre für dich das beste Kompliment? Oh, das ist schwer. Das beste Kompliment? Keine Ahnung. Tut mal leid, das kann ich echt nicht beantworten. Was wäre mein bestes Kompliment? Hast du Geschwister? Ja. Hast du schon gefragt? Zwei Schwestern? Beide älter. Wie vielen Blogs folgst du? Lass mich kurz schauen. 276. Gibt es etwas, auf das du dich täglich freust? Ähm, was erfüllt dich am meisten in deinem Leben? Auf was freue ich mich täglich? Ähm, meine Freunde zu sehen? Aufs Essen und auf mein Bett. Und was erfüllt dich am meisten in deinem Leben? Muss ich dazu noch was sagen? Also, Essen. Und das nächste ist wirklich saunet. Du bist eine unglaublich tolle und starke Person. Wundervoll, wie du versuchst allen Menschen zu helfen. Und du bist schön, weil dein Aussehen toll ist und dein Charakter cool ist. Ich wünsche dir viel Liebe im Leben. Denn du gibst so viel Liebe, dass du verdienstest auch mal etwas dazu bekommen. Video Antwort. Ich fühl wirklich keine Antwort. Nur, dass du das mal laut vorliest und es irgendwann vielleicht selbst du siehst. Und vielleicht konnte ich dir ein Lächeln schenken, was mich freuen würde. Danke, das war wirklich eine der liebsten Nachrichten, die ich jemals bekommen habe. Magst du Chinchillas? Video Antwort. Ich bin so ungebildet. Ich muss Chinchillas googeln. Ich glaube, sind das irgendwelche Tiere? Oh, der Schott. Oh ja, Chinchillas sind süß, ja. Doch, die sind süß. Dein verrücktester Traum. Ich habe heute Nacht geträumt, dass mir ein Zahn rausfällt und mein gesamtes Gebiss mit rausfällt. Okay, Leute. Danke für die ganzen netten Fragen und alles. Wir sehen uns dann auf meinem Blog wieder und ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen und ihr seid nicht geschockt von mir oder so. Und frohe Weihnachten an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.